Oh Mensch, ich bin meine Schaufel wieder, ich bin jetzt vielleicht tot. Oh du... ...angefangen auch in der Aufnahme, falls ihr das noch mal sehen wollt. Jetzt komm ich hier nicht mehr raus, dann super, nehm ich hier einfach mal einen Holzblock hin. Und die Band ist noch im Bau von den netten Leuten hier, wenn sie sich noch zu Ende stellen werden irgendwann. Ja, ich bin nur an Holzfahren, weil ich dann noch ein kleines Holzchen drüber bauen möchte, wenn man da... Hä, hab ich hier nicht schon wieder gesch... Ach Fabio, da muss ich ja mal schlagen, der komische Lappen. Fabio, wir müssen da noch was machen, dass man da vorne bei dem, dort bei dem, ich sag mal Heuschen, was ich da baue, dass man da hingeht, dort also wirklich genau dort neben und nicht erst da hinlaufen muss. Da möchte man noch ein... Ich hab meine Schaufel weggepackt, die Trottel. Oh. Da hat man einmal in sein Leben eine Diamantschaufel, packe ich die auch noch weg? Boah, was ist denn hier so wenig Licht? Dekorativen können wir ja jetzt auch mal wieder aufmischen alles, ey. Ist ja ganz schön viel kaputt gegangen, die letzten 50 Parts. Vor allem hier, Toto, du wolltest doch mal hier diese ganzen Anbauräume nochmal dekorieren, oder? Die ich nur angebaut hatte. Ja. Da hatten wir ja noch vieles geplant, aber gemacht müssen... Ist allgemein sehr viel zu tun hier im Let's Play, finde ich. Wir haben ja noch... So nach... Ich hab erst die Estetage bei meinem Haus ausge... Aber ich werd erst mal das Gemeinschaftshaus dann fertig machen. Also mein Haus hab ich auch noch nicht mal angefangen, ich hab da noch nichts ausgeräumt. Also ich hab da nur die Estetage gemacht und die ist noch nicht mal richtig fertig. Also denk schon doch, die ist fertig, aber... Ich mein, das sieht schon ganz schön aus. Ganz schön gammlig aus, ja. Wie sind das... Ach so, jetzt gehen sie, okay. Komische Wetts... Dachtest du die Fabian sich mal ganz kurz, äh, naja. Äh, too many items. So. Nein, ich kühlt ja gar nicht auf... Ach, ich muss den Mülleimer ein, ich hab keinen Mülleimer mehr. Dummer Motto. Ja, das ist im Singleplayer nicht. Da hast du keinen Mülleimer. Ach, im Multiplayer hast du keinen Mülleimer. Ach, im Multiplayer hast du keinen Mülleimer. Oh, da lass ich die jetzt einfach mal legen. Hallo, Luis. Film wird echt sehr gut sein. Guten Tag zusammen. Hallo, Luise. Oh, Ian, Luis. Oh, nicht schon wieder. Nein. Mhm. Und? Glaubst du, es könnte es klappen? Oh, dann hast du immer noch ein Problem, so. Oh, der kommt rein. Unglaublich dabei, so. Ähm. Unglaublich aber wahr. Ja, unglaublich aber wahr, so. Ähm. Ich mag keiner. Bist du hier? Let's play together. So, geh doch. Was ist das denn? Ach, das ist Zen Stone. Bin ich jetzt blind oder was? Ähm. Ah, diese Holzgäste. Ich muss da gar nicht erst reingucken. Wenn ich da schon reingucke, kriege ich die Prätze, ey. Oh, die ist so unaufgehoben. Es läuft besser. Es ist nicht total leckfrei, aber es ist besser. Ja. Ja. Oh Mann, jetzt. Okay, doch. Ich dring diese Tür, Alter. Scheiße. Rennen dann, Alter. Rennst du jetzt einfach noch mit uns oder was? Ja, ich renne ja jetzt das, was ich jetzt eben mit dir aufgenommen habe. Oh, wir müssen unbedingt noch eine zweite Holzkiste haben wir schon mal gemacht. Da mache ich jetzt mal die ganzen Sticks rein und die Treppen. Fabio, wir haben, wir haben ja noch was zu tun. Wir müssen, ähm, dort von dem Lever, ja. Wo hast du denn hier, die denn überhaupt mit dem Wasser geht? Über die Sitzung, der hängt. Wo ist denn? Neuer, Monat. Vornein. Das ist doch nicht, normal. Sticks. Wir sagen, sie geht doch alles in die Hauptkiste und also, alles in Dorn. Jetzt haben wir wieder alles kaputt gegangen. Herr, was er hat gehabt? Dann, mach doch mal an, dass es dann läuft. Dann, platze es noch mal an. Oh, gehen die Gwendenzterrenz, die Gwendenzterrenzern, die Gwendenzterrenzern. Wir müssen das jetzt, vor dem Magen, wo ist das Haus in der Magen? Wir reden mit dir los. Jeder. Nein, kein einziger. Natürlich, ich bin populär. Warte mal. Wir müssen den Schalter hier vor zu dem Haus noch verschieben. Also mit Redstone-Leitung, dass wir den Schalter hier von klatschen können. Ja, ich weiß es. Fabi, willst du Chatroulette? Nee, ich hab jetzt Hunger auf das Essen, was es gleich gibt. Pizza oder was? Die bestellen dir eine Pizza und du weißt noch nicht mal, was du bekamen willst. Das sicher wissen, ich nehm immer das gleiche. Nein, lecker. Sicher? Ja. Also einmal fertig, Pizza aus Kühltruhe bitte. Ja, wir machen es nicht. Aber du bist doch blöd. So ist das Sturz in der Hol, der Junge. Ja, ich weiß. Nee, die machen extra für dich nur einen aus der Kühltruhe, weil du durch die Ruhe immer so sehr freust. Kannst du mir doch bitte sagen, warum hier nur 18 solche Zapplingsdinge rausgekommen sind? Das Wasser kannst du überhaupt wieder ausmachen. Ja, komm. Also ich erzeugt mehr so. Also Seeds haben wir hier. Ist aus. Ich habe es auch gerade gemerkt. Also Seeds haben wir auf jeden Fall noch ein paar hier unten im Keller rumliegen, falls ihr welche braucht. Du brauchst gleich mal neu. Nee, du wolltest heute ein ordentliches Let's Play. Genau. Come on. Ey. Das verspricht. Ja, komm. Ja, komm. Ich fräse dir ja gleich mit. Hört ihr mich noch? Hallo. Ja, wir hören dich immer noch, ja. Okay. Meine Fischkiste hat wieder aufgehangen. Oh, liegt. Ja. Ja. Und so hat er jetzt gesagt. Wie jetzt? Soll man den nachjoinen oder was? Nee, ich gehe nicht in sein Game. Also hört mal kurz zu. Ich habe meinen PC letzte Woche, nee, vor knapp zwei Wochen durch meine Wohnung geworfen. Und dann ist es auf den Boden geknüpft, hat fest geknackst. Und seitdem hängt er sich immer auf, so die ersten 1-2 Minuten nachdem ich den hochlade. Da hängt er sich immer ab und zu mal auf. Kannst du mir bitte erst mal erklären, warum wirst du überhaupt dein PC nicht in die Wohnung? Weil ich Platz mangel in meinem Zimmer. Also ich muss da Hausaufgaben machen. Die Hausaufgaben haben mich angepisst, weil ich die nicht kapiert habe. Da stand mein PC mitten im Weg und da brauchte ich Platz. Und dann habe ich den einfach mal so, ohne dass ich aggressiv war, einfach mal weggeworfen. Redstone-Sachen? Ähm, da steht ein Schild mit Redstone-Sachen, wo Toto war das. Ähm... So, und jetzt hängt er. Ja, das ist bitter. Warte mal, was wollt ihr jetzt gerade holen? Du wolltest, ähm, Seeds holen. Ach ja, wo sind die? Die sind bei den Pflanzen-Sachen. Pflanzen-Zeugs. Ah, wie geil, wie viel ist das denn? Kannst du mir mal Fackeln geben, wischen? Was kann ich dir geben? Fackeln. Wirst du ein Fackeln? Wischen? 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 Ja, hallo? Dion? Ja? Der liegst dich angeschrieben, oder was? Ne, ne, der steht da irgendwie so TDM, wenn er, der ist gerade ein Game gegangen. Warte, 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 gehen jetzt bitte einmal alle schlafen. Ah, der ist online. Ich kann gleich hier unten pennen, also der, der... Der ist online. Ich weiß. Ich mach hier gleich mal so eine kleine Tür rein. Der weiß ich ja gar nicht. Ja. Ich geh gleich mal in mein Heulen rein. Ach, Mann. Ich mach mir gleich mal eine Axt wieder. Hallo, äh... Ne, wartet mal ganz kurz. Ja, du bist ein Fail, dein ist ein Fail. Boah, können wir bei der Bausache nicht auch mal die Monster ausmachen? Deine Mutter hat jeder Nacht einen Fail gemacht. Naja, du Arschloch. Hey, das hat sich gereimt. Wer hat meine Diamantschaufel geklaut? Ich sag's euch, wer hat die genommen? Das hat sich geil gereimt. Fabio, ich würde meine Diamantschaufel gerne Ehe haben. Juhu, Verbindung gebrochen for the win, geil. Danke. Danke, Fischkirchen. Oh, Mensch. Gib mir meine Schaufel wieder. Ich bin vielleicht tot. Oh, du Lappen, ne? Ne, ich hab die Schaufel gemacht. Wer sollst du mir die Schaufel wiedergeben? Wenn ich keine hab, kann ich... Gib sie her jetzt. Gib sie mir ein Fischkissen nicht noch einmal auf und ich schlag dich in die Haute Teile. Dann muss ich wieder so einen neuen Monat reinschleiden, wo er so hinterher so BAM, 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 BAM. Die ganze Zeit so BAM. Oh, jetzt ist er kaputt. Hört ihr mich noch? Bildschirm ist aus. Du scheiß Dreckst du gehst und ich sterbe und lass mich noch mal Ruhe. Mein X-Pil, komm, schau. Mann, ist der PC geil, ey. Echt? Ich dachte, ich hab's die kaputt machen. So, anmelden. Jo, ich bin wieder drin. Oh, ich brauch's hier auch mal den Typen, den Lagerristen, so eine kleine Bulli, wo er pennen kann. Wenn ihr mal wieder meint, schlafen gehen zu müssen. Na doch. Nö. Nö, mach's nicht. Nö, mach's nicht, mach's nicht. Dann kannst du mir erzählen, was du willst, dann bist du überhaupt. Jetzt sehr abonniere ich dich, deswegen. Okay, abonniere ich. Nee, hier schlafen unsere Gäste jetzt immer schön im Keller, wo keiner schlafen will, da schlafen die Gäste. Nö, du, du hast es doch da verdient. Ich muss mal wieder ein paar Gäste einladen, glaube ich, oder? Also, wer's nur nicht weiß, der Vision, ne, ihr habt den ja alle abonniert, ich weiß nicht warum, der hat's ja nicht verdient, aber schläft ja immer im Keller, das ist ein Kellerkind. Was in real life? Nee, ich nehm mal jetzt, play's immer draußen im Garten aus, auch wenn's jetzt gerade regnet. Mein Rechner kann das ab, der räuchert zwar schon, aber ich glaube. Fabio, drück bitte nicht. Ach so, ich hab jetzt alles hingepflanzt, wenn du jetzt auf den Knopf drückst, dann schon. Ähm, ja, dann hab ich, ich muss das jetzt nochmal drücken. Ich muss jetzt sehen, die Dividend mit der rechts. Das ist so Game und andere macht so. Ähm, weil ich hier... Juhu, es legt nicht mehr. Ja, ich muss jetzt einen Schalter abhauen und dadurch geht das jetzt gern. Okay. Guck der Nobody, deine Videos. Und ist online? Keine Ahnung. Nee, Real. Nee, aber der tut mir sogar noch mehr leid, als ich mir, weil ich hab eine Tausenderleitung und der hat ja nur ne... 500erleitungen. Was Minecraft für ein Pack ist, ne? Wenn die abfallen, dann kriegst du nur ein oder zwei wieder. Eine geile Chance ist das, ne? Oh, mein Gott. Geile Heike. Boah, ich hab die Pinsch aufgeräumt. Oh mein Gott. Foto, sag das nochmal. Geile Heike. Ey, ich hab eine Kiste aufgeräumt. Yeah. Uuuh, geil. Ähm, Heike. Boah, komm, ich kämpfe gegen den Lecker. Und es regnet nicht. Und ich hoffe, das wird wirklich extrem laut. Sonst würde man das nicht extrem laut auch hören. Ähm, die Kiste ist sauber. So, jetzt kann das auch gemacht werden von dem Schalter im Büdchen. Ist auch sauber. Die ist in Ordnung. Die ist auch okay. Die ist auch okay. Die ist aus rechts okay. Und die auch. Ja, sicher. Und wir müssen mal ganz kurz mein Mikrofon ein bisschen runterschieben hier. Damit ich auch hier ein bisschen mehr hier nicht so weiter kann. Ich sammle zweimal 64 Sand. Dann reicht das der nicht mal. Ach, jetzt weiß ich, warum der so gespackt hat. Weil Windows wieder eine PC-Sicherung macht. Die ich dann wieder lösche. So, jetzt wird wieder da. Ja, wieso machst du den immer? Macht der es automatisch, oder wie? Sonntag, 19 Uhr. Jetzt hab ich es so eingestellt. So, da kann jetzt einer pennen. Dann schönen Raum. Ja, dann kleide wenigstens noch ordentlich. Ach, das ist ja extra für die armen Leute. Oh, wo ist die Axt? Die Axt? Oh, ich hab keine Axt mitgenommen. Ach, er packt das Rest zum Bier. Mann, bist du schlau. Ach, da kommen noch die letzten Lampenreinigungsbesitzer. So, Obsidian. Wo packt man Obsidian? Manuel Heller, wer ist denn Manuel Heller? Oder Haller? Was ist das? German-Lizien? Manuel Haller nicht. Echt, Manuel heißt Büttinger. Büttinger. Ein Scherz, Mann. Bitte ein Büt. Dann weiß der das auch noch so. Ist ja nicht schwer, dass ich dir auf sein Facebook gucke fiel. Und Sebastian Büttinger heißt... Ich interessiere mich nicht für den. Und nicht für Riss-LP und für David schon nicht. Die heißen ja auch Büttinger. Ja, Riss-LP, ja. Tut mir leid, Rippel. Ja, auch ich wusste, dass ihr ein Riss-Pack.